Reibkopfknaller von Niko. Aktuelle Version. NEM 12 Gramm für alle 20 Stück. Natürlich hergestellt in China. Tja, Verarbeitung ist so, naja, nicht besonders. Aber die Zeiten, wo Reibkopfknaller noch in Deutschland hergestellt worden sind, sind echt lange, lange, lange vorbei. Das war noch Qualität. Aber wir wollen mal gucken, was diese aktuellen Dinger so können. Jo. Nummer 1. Ja, 2 gleichzeitig sind schon ein bisschen lauter. Einen machen wir noch. Naja, nicht besonders laut. Aber sie knallen. So wie sich das für ein Knaller gehört. Das waren die kleinen Reiber von Niko. Und Grüße gehen diesmal an Martin von Niko Feuerwerk. Und natürlich sein gesamtes Team. Tschüss!